Hallo, schön, dass du mich wieder mal besuchst beim Blumenpflücken. Wir haben zuletzt geschafft, an Grauk zu jagen. Mhm. Wir sind sogar geritten. Mhm. Und er ist ziemlich episch. Mhm. Vielen Dank. Waldläufer, du musst mir helfen. Mein Bruder verfluchte den dunklen Herrscher. Der Sklaventreiber ist völlig durchgedreht. Ich habe mich etwas bewegt. Ach, was denn? Ach, du bist überhaupt so... Nach einem Stoß in mein Horn kommt jeder Uruk im Umkreis hergeeilt. Ich bin ja mal anormaler. Ich habe dich unterschätzt. Ja, du gehörst mir. Du bleibst schön dort. Wow, der hält natürlich schon wieder so schnell. Oh. Da komm. Ok, das war jetzt ein bisschen gemein. Ok, das war jetzt ein bisschen was für einen Tricks er auf Lager hat. Ja, wer hätte das gedacht? Wir haben einen zweiten Hauptmann. Zumindest da in dem Gebiet. Ich glaube, wir haben im Insel uns aber schon drei Hauptmänner. Und seine Leute gehen automatisch auch zu uns. Hat jemand dieses Phantom gesehen, das hinter uns her ist? Da, auch gebrannt magt. Hallo! Die beste Art ein Karagor zu jagen ist aus der Ferne. Mit einem Schützen und einer guten Armbrust. Wenn du nur eine Armbrust hast, musst du sie schnell... Das Schlimme ist nur, wenn du normale Soldaten hast, die können halt von allen anderen angegriffen werden. Das normale Karagor oder so wie da hinten gerade. Die fressen dir deine Einheiten? Ich... Jetzt habe ich zwei Kreaturen zum Aufschlitzen. Den Grabwandler und seinen Karagor. Ja! Gut, wir gehen den Armbrusten. Wir gehen den Weißen kraug, Jorgen. Komm mal her. Hey, du bist ein weißer Karagor! Komm rauf! Da, ein weißer Karagor. Bist du schön. Hä? Wo müssen greifen die uns nicht an? Haben wir den Alpha-Karagor? Komm, rennen die uns nach? Die rennen uns nach. Schau. Schau wie niedlich. Schau wie niedlich. Das ist ja cool. Boah, das Feier-Ekaror ist so unglaublich. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oh, nah am Feuer. Das könnte jetzt die Chance sein. Na, nicht das. Das wollte ich jetzt nicht. Er hat schon die halbe Energie verloren. Oh, willkommen zurück. Dieses Mal hast du sicherlich mehr Erfolg. Kamel, verfreudest meine Zeit. Nein. Was ist das denn? Maa. Wenn du immer weiter stirbst, habe ich auch weiter meinen Spaß. Super Auftakt. Er hat uns 4-Moll-Gedötet. Aber er ist halt einfach so unglaublich stark. Vielleicht werden wir vernichtet. Doch wenn das passiert, reißen wir Mordor mit uns in die Flammen. Ich habe dem Verräter Rache geschworen. Wie bei meinem Großvater scheint mein Eid für viele ein Verhängnis zu sein. Oh, das sind sogar meine. Ich könnte schauen, wie weit muss ich gehen. Und er fliegt da eben gleich schnell. Und der Typ ist immer noch da. Wenn zwar Feuer drüben werden. Das Fahrrad. Das wird ausreichen. Oh, das habe ich jetzt nicht bedockt. Bitte. Du musst verstehen. Wir waren so hungrig. Ist es falsch, seine Familie ernähren zu wollen? Bitte hilf uns. Okay, ah, da weg und du bist weg und du bist weg und du bist weg du musst klukeln äh, Hallo? wie schnell rennst du hInn hoch? Ich mach mir keine Sorgen, dass der Graben, der euch dazu bringt, euch gegen mich zu wenden. Ich töte es mit geschlossenen Augen, und dann... Ich brauch da... ich hab ja auch anderes Ziel, weil sonst dann... werdet ihr nicht los. Die Gräser sind so doll, das kommt zu weit weg. Wenn er erfolgreich durchführt, da brauch ich nur daneben stehen, glaub ich. Wir nehmen dir als Ziel. Und dann schauen wir mal von mir. Schau, und da kann ich mich auf einmal nicht aufladen, oder was? Ich rieche etwas. Oh, ihr braucht vielleicht Pfähle? Pfähle wären praktisch. Was ist das? Menschling! Menschling! Ach du bist... Auf die Knie! Ich hab die nette Coins. Schau, wie ist er. Richtig geile Alpha Ward. Wer liegt ihm nicht noch mitgeキern richtig? Ach du lebst nur! Du lebst nur! Ich höre dir nichts... Du gehörst mir. Und dann stulpert er doch runter. Ach Gott. Die Tötung mit der ist in 5 Elben geschossen zu erhalten. Der große weiße Gauck. Der schaut schon... Ja, Respekt. Groß, weiß, Gauck. Hallöchen! Der Tötliche Gehrer braucht ein tötliches Reichtier. Vorsicht! Er ist bereit fürs Mittagessen. Hallo? Ja, und wieso das jetzt dann machen, wenn der mich nicht angreift? Genau auf dem Stand. Bumm, 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 bumm. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, die zu gehen? Ja, klar. Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Thorbin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das, was du tun hast. Stempf! Ohne Kunst! Ohne Finesse! Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel größeres! Aus deiner Perspektive, Zwerg ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist äußerst groß! Oh, Moment! Du verspottest mich! Grauk sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Doch wie bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat, als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmeth nach Nogrod. Wir legten ihn endlich und steckten zwei Tage unter seinem Bein fest. Das war noch Zeit. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe? Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst? Sehr witzig, Junge. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von taurendem Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. Och, ist es nett. Werden wir A erwähnt in den Geschichten und Legenden. Nette Höhle. Danke, Argo sind zu ruhig. Ich glaube nicht, dass der Grauk zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt! Wie militärisch! Gefällt mir! Ich habe spontan Lust wieder einmal ein oder zwei Teile von Herr der Ringe anzuschauen. Oder vielleicht ein Hobbit. Das ist eine Axt. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Oh, da haben wir Hässle. Das bist doch du. Ja? Okay, deswegen hat er das alles gemacht, den einen Ring. Oh, scheiße. So, rüber ist zuerst auf die Fersen. Der Nauk ist gefallen. Geschichte wiederholt sich. Regel Nummer 1. Ach egal, wir improvisieren. Er ist zu stark. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Okay. Oh, er hat ihn an. Also zwei Treffer und das Vorstone. Äh, ja. Okay, gedrückt. Oh, knapp. Stein, 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 Stein. Hüpf. Oh. Oh, hallo, schießt er sich so fressen ab. Hä, der frisst zu schnell. Hallo? Oh. Oh, ich kann fokus mehr, deswegen. Oh, ja, ich kann fokus mehr, deswegen. Okay, weiter geht's. Nächste Runde. Das ist wohl kurz was essen. Äh, hüpf. Hüpf. Und weg. Ich bin mir da ausgeglichen übrigens. So, jetzt bin wir wahrscheinlich wieder cool. Au, das hat weggetonnen. Hüpf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und einmal tief Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, endlich am Rücken Endlich am Rücken Endlich am Rücken Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, in der Tat Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen Warte Wie bekomme ich dich jetzt hier raus, hm? Ja, first world problems Es muss ein besseres Leben geben als dieses Jetzt nicht Aber bald Ich hoffe, Torwin kann nach Hause zurückkehren, jetzt da die Jagd vorüber ist Wenn er zurückkehrt Wenn er zurückkehrt, wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal